core gaming vs let's play let's go heute mit der zehnten folge zu battlefront 2 ja die letzten level hatten es wirklich heftig in sich und es scheint so als würden wir uns dem ende des spiels nähern soll ich diese waffe behalten ich gehe hier auf meine lieblingswaffe wo ist denn die jetzt hier hallo aber wir haben gar kein warum haben wir gar keinen zugriff mehr auf die weil wir nicht mehr bei der weil wir nicht mehr beim imperium sind oder wie das ist natürlich schade nee in dem fall das ist natürlich blöd gut okay das ist in ordnung wir sind hier nun auf dem sternen zerstörer unseres vaters also aus der eigenen respektive gesprochen und unser x-wing ist abrückgegangen bei dem einflug ja auch dieses riesen teil hier er hat mich gerade erschrocken gearsch aber kein problem ich verteile diese headshots kein problem was haben wir denn hier für fähigkeiten von von die ihr schock ja 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 das ist meine freundin es gibt keinen aus Weg Heilung, bitte. Nicht schlecht, Droide. Nicht schlecht. Das hat sich gelohnt, dass man hier auf jeden Fall in den letzten Betrieb ist. Ah, hier noch heilen kann. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht mit zu vielen Gekern gleichzeitig anlege. Okay, sehr schön. Das war natürlich ein Fail. Dieser kleine Wichser, der geht mir jetzt so auf den Sack. Heftig. Tut mir leid, ich musste gerade mega ausrasten, weil es ist gerade doch so schön gelaufen. Und jetzt kommt dann hier so ein Hai-Need mit seinem komischen Schlagstock daher und er schlägt uns. Das ist das doch. Ah, zum Kotzen. Weil wir uns jetzt auf jeden Fall die ganze Scheiße nochmal geben müssen. Tut mir leid, ich weiß, die Wortwahl hat sich geändert. Aber das war gerade wirklich so unnötig, dass ich mich gerade kügels aufregel. Und das Feedback war gar nicht so gut. Also ich habe nicht gemerkt, dass ich mich hier gehauen werde. So, ich bin jetzt natürlich ein bisschen vorsichtiger. Aber das, meine Freunde, ging mir gerade mega auf den Fiss. Da war der Arsch. Das ist so, als würde es heutzutage in den Armeen immer noch Schwertkämpfer geben. Aber davon lasse ich mich noch nicht beeinflussen, weil der... Das sieht doch ganz gut aus. Sollte funktionieren. Vorwerbs. So geil gemacht. So geil gemacht. Wir müssen meinen Vater vom Schiff bringen, bevor es abstopft. Okay, ich habe die Sicht nicht dahin geschalten. Das war automatisch. Er ist noch da. Admiral, die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne dankend ab. Wir müssen gehen los. Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Was? 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 Mein Vater, komm mit! Komm bitte! Du hast meine Schwäche erkannt. Und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein. Deshalb gehst du ohne mich von dir weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh. Überlebe. Lebe. Vater! Ich muss zu Dörren. Ich muss überleben. Du wieder. Verbindungen aufbauen. Dörren. Die Spinterstunden. Dörren Sie mich. Dörren. Dörren. Ich komme da. Was für ein geiler Sound. Der. Es ist so still. Aiden. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Es ist vorbei. Ja. Das ist vorbei. Hey. Hey. Aufhören. Aufhören. Der Droide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen. Das ist vorbei. Das ist aber echt. Amen. 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 Bring mich zum Gefangenen. Also wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Raus aus meinem Kopf! Ich werde gar nichts sagen. Wow. Du glaubst, das Schiff wird dich schützen. Dich abschirmen. Wird es nicht. Okay, wir spielen also Kylo Ren. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ah. Einfach durchlaufen. Hier war dein Anfang. Du hattest Hoffnung, das Operium würde dir Mut geben. Fühlst du dich jetzt mutig? Schiff mit Drin. Schiff mit Drin. Ich bin weg. Wow, was für geile Fähigkeiten. Unlost Attacker hat die Karte zu Skywalker. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Wo ist sie jetzt? Deine Erinnerung ist so leicht zu knacken. Du wirst es mir sagen. Was wollen sie eigentlich, Käpt'n? Nun, wir werden es abwarten müssen. Ein Rohr auf Admiral Versius. Sie war mutig genug für euch beide. Kommen wir zuerst, geh jetzt zuerst. Sie hat dich ruiniert. Sie hat dich ruiniert. Du bist ein geborener Feigling. Anpassen oder sterben. Du warst schon mal hier. Du hast was gefunden. Deinen Glauben. Die Jedi. Warum helfen sie mir? Warum helfen sie mir? So heftig abgespaced das Glauben. Der Glaube brachte dich zur Macht. Die Macht brachte dich zum alten Mann. Es war dumm, hierher zurückzukommen. So haben sie dich gefunden. So weiter. Vardos. Wo deine Familie unterging. Wo du untergehen wirst. Du ehrst dich. Ich werde Stand halten. Die Karte. Ich sage nichts. Also ich jeszcze nicht. Das glaube ich könnte nicht. Ich denke, es ist ein für Sieger. Hm. Sie sind ja schon genau hier. Ja! Ich bin irgendwie nicht. Du... 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 Was geht hier los da rein? Was geht hier los? Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Wo hat Lor San Teggah die Karte hingebracht? Bajora. Er brachte sie nach Bajora. Ich hab was ich wollte. Der gehört ihnen. Räumen sie hier auf. Wie geht's dir, Del? Erspar mir die Floskeln, Hask. Wir wissen beide, wie es endet. Du wirst nicht den Held spielen. Denn du, du bist kein Soldat mehr. Sieh dich an, Feigli. Du hast deine Waffe eingetauscht. Wofür? Vaterschaft. Oder Frachtverkehr auf der Kaurus. Weißt du, Eiden hat mich vielleicht verraten, aber du, Del, du hast mich enttäuscht. Du, du hast mich enttäuscht. Wir haben uns verändert, oder? Sieh dich an. Du warst doch immer tot. Tja, Eiden hat ja vieles geschafft, außer mich zu töten. Wie es aussieht. Hask. Gideon. Bitte. Lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Bitte. Also, und die Projektwiederbelebung kann weitergehen wie geplant. Im Gegenteil, Kleiner. Ich hab dich gewählt, weil, weil du mal nützlich für mich warst. Wir haben alles wieder aufgebaut und der Genata-Sicherheit das System überlassen. Und als Gegenleistung liegst du hinter dem Zeitplan und hast zugelassen, dass jemand unseren Plan entdeckt. Ein kleiner Fehler, mein Wort darauf. Meine Männer verlegen die Filio-Operationen verdoppelt. Wir bewachen unsere Arbeit auf Atula. Nun, ich werde ein paar Männer zurücklassen, die das überwachen werden. Und ihr begrabt Delmeco und seine Crew. Finger weg von der Kauz. Aber du hast es mit dir gelockt. Davon geh ich aus. Was für ein Spiel. Was für coole Zwischensequenzen. Die fand ich sogar noch ein bisschen besser. Einfach nur genial, meine Freunde. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und, ähm... Ja, ich liebe Star Wars. Ich liebe Battlefront 2. Hat auf jeden Fall definitiv seine Schwächen gehabt. Ähm... Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein Spiel, ähm... Das ich wirklich nur weiter empfehlen kann. Hat wirklich Spaß gemacht, das durchzuspielen. Und noch mehr Spaß hat es mir gemacht, das mit euch zusammen zu tun. Mein Name ist CoreGamingVS. Let's play, let's go. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.